muss man die empfindlichkeit auf jeden fall höher schauen also nicht so ja 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 Bis zum nächsten Mal. Jetzt schon wieder rein. Er bitte Unterstützung. Er bitte Unterstützung. Bitte kommen. Wie ist die Lage? Haben wir ihn verloren? John, bitte kommen. Bring alles mit, was du hast. Was? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Was ist da draußen los? Bitte komm! Warum antwortet niemand? Wenn ihr die Stimme vielleicht halbwegs erkannt habt, das ist der Gronkh. Der hat nämlich hier eine Rolle. Ah, okay, da. So, der ist weg. Die weg. Oh, da sind noch mehr. So. Mensch, wieso hier dann das jetzt nicht? Na, jetzt ist das ab. Dort sind sie nicht. Welche Lampen sind sie denn dann? Irgendeine Statue soll ich jetzt hier noch vernichten. Habe ich das jetzt befreit? Nee, immer noch nicht. Ja. 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 Achso, ich muss noch weiter runter wieder. Ich bin Sebastiano Di Paolo, ich bin ein, die neue Weltordnung. Oh, habt ihr das gesehen, der hat mir umgefahren. Ah, okay. Okay, das geht nicht, also da hin und da hin und dann nochmal, nochmal und nochmal. Je höher der Baum, desto tiefer der Fall. So, dann war ich hoch. Okay, jetzt fehlt noch ein Werbeplakat oder so. Schüsse. Oh, Gott, haben Sie mich erschreckt. Ich brauche noch ein Werbeplakat und... Ich brauche noch ein Werbeplakat. So, ich brauche noch ein Werbeplakat. Ich brauche noch ein Werbeplakat. So, ich brauche noch ein Werbeleger. N know, ich schaufe viel bis jetzt nicht. So, ich brauche noch ein Werbeplakat. Geh! Kann ich nicht machen, weil ich die Obellen noch nicht habe, oder was? Kann ich nicht machen, weil ich die Obellen noch nicht habe, oder was? Was ist das? Was ist das? So, endlich. So, jetzt ist es noch ein Plakat. Jetzt muss irgendwo noch ein Plakat von dem Fuzzi sein. Das ist so ein Plakat, oder? Also für mich sieht das aus wie ein Plakat. Also so ein Plakat waren unten links rechts die Füße. Schön. Schön. So. 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 bericht über kampfhandlungen vor die zentrale anfrage erhalten verstärkung ist unterwegs die zentrale unterstützung ist unterwegs zu euch die zentrale geschicken bodentruppen zur reposition an alle einheiten findet den rebellen verfolgung aufnehmen so jetzt habe ich aber auch jetzt habe ich aber wirklich lange gespielt jetzt reicht jetzt aber wirklich würde ich sagen jetzt würde ich sagen das reicht schnell den busch angucken wir ich habe gedacht ich schaff ist auf der flucht sichtkontakt sofort wieder herstellen wir schicken verstärkung zur position die person ist entkommen zurück auf eure posten die 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 Okay. Ah, langsam komme ich rein. Langsam komme ich rein. Ich kann mich nicht verlieren. Ich bin ein paar Dau****. Oh, was ist denn das Schönes? Oh, was ist denn das? Oh, der ist das Schützte. Der hat einen fetten Panzer auf. Oh, fetter Helikopter. Oh, den nehmen wir. Oh, du Scheiße. Oh, das war doof. Oh, ich habe es, so wie es aussieht, mein nächstes Spiel entdeckt. Was ich suchten werde bis zum Jeet nicht mehr. Es macht extrem Gaudi. Alle in den Luft jagen, alle kaputt springen. Also ihr habt es ja gesehen. Ich werde das jetzt auf jeden Fall weiter zocken. Ich werde das hier noch bearbeiten. Bis dahin haut er erstmal rein, Leute. Weil ich weiß nicht, was ich da jetzt großartig noch zu sagen kann. Es ist kaputt machen. Explosion. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Ja, ich muss erst mal weiterspielen. Also Sound haut hin. Die Grafik seht ihr ja. Die sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Man kann alles kaputt machen. Und so wie es jetzt aussieht, sind Haufen Nehmissionen drin. Das ist so Assassin's Creed-mäßig groß. Ja, weil Assassin's Creed ist immer eine Riesenwelt. Und du hast Haufen Nehmissionen, die du machen kannst. Das scheint hier auch zu sein. Mit Stadt übernehmen und irgendwelche Biete übernehmen und so. Da lassen wir uns auf jeden Fall mal überraschen, was da noch uns zukommt. Denk mal, das wird sich alles erst noch aufdecken. Das sieht jetzt erstmal riesengroß aus. Ich weiß ja nicht, was da noch alles auf mich zukommt. Ja. Das stellt sich auch mitten im Weg. Da bin ich wieder... Ja. Ich muss hier erstmal... Oh, ein Truck. Geil. Ein Haufen Fahrzeuge habt ihr hier sehen. Kleine Autos, große Autos. Den Truck. Jetzt fahre ich hier gerade durch die Reinfeld. Die Totentruppen sind schon unterwegs für euch. Oh. Oh. Mann, hier gab ein Truck. Was wollte er denn? Fahrzeugflucht. Alter, wie geil ist das denn? Sieht Kontakt wiederherstellen. Ist ja geil. Ich wollte eigentlich aufhören. Ich muss jetzt aufhören, Leute. Ich kann jetzt hier aus dem Truck raus den Fallschirm machen. Mehr Waffen. Mehr Männer. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Oh, der ist kaputt. Sachen gibt's. Was ich deswegen öfters machen. So eine Fahrzeugflucht ist cool. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Oh. Ich kann im Baum sitzen. Auch nicht schlecht. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Jetzt warte aber. Jetzt haben wir noch eine Fahrzeugflucht gemacht. Dit soll es jetzt aber auch echt gewesen sein. Oh, scheiße. Jetzt muss ich mir wie aus dem Staub machen. Los, finde den Rebell. Er darf nicht entkommen. Dann werden wir erstmal hier schnell noch entkommen. Ach, ich bin im nächsten Stadtteil. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Er ist entkommen, Jungs. Weitermachen. Langsam krieg ich den mit dem Wingsuit raus, wie das funktioniert. Ach, schade. Langsam krieg ich den. Ich werde hier noch ein bisschen mit dem Wingsuit gleich rummachen. Gut. Jetzt aber wirklich. Wir haben uns das Spiel jetzt hier fast zwei Stunden, also anderthalb Stunden angeguckt. Mir fällt es auf jeden Fall. Wie es euch ist, wie es euch gefällt, müsst ihr euch selber draus zusammen klabüstern, weil ihr habt ja gesehen, wie es ist. Der eine mag es irgendwie alles kaputt machen, der andere mag es nicht. Also, aber wenn ihr was sucht, wo ihr eine große Welt habt, wo ihr alles kaputt machen könnt, mit Sprengstoff, Granaten, Wingsuit, sämtlichen Fahrzeugen, dann ist es auf jeden Fall was für euch. Ich höre jetzt hier erstmal auf. Ich will jetzt weiter in Ruhe zocken. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin. Ich höre jetzt hier. Vielen Dank.